Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Epic Craft und ich bin der King und ich werde der größte YouTuber aller Zeiten. Und ja, wie ihr seht, das ist Nacht. Ich bin dreimal gestorben gerade. Einmal durch ein Schaf, einmal durch ein Skelett und einmal durch eine Spinne. Und einmal durch ein Schaf. Nein Schaf, ich will dich befreien. Schaf. Nein, Schaf. Die Welt kann böse sein. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das hier überleben soll. Ich bin schon am Tag überfordert, aber bei Nacht ist es einfach zehnmal schlimmer. Und überall Treibsand und Fallen und, ähm, Zombies. Mit Masken. Und Hüten. Nein. Die, die haben alle so dumme Hüte. Wer denkt sich solche Hüte aus? Das ist ja ärgerlich als Team Fortress. Hey. Wieso haben die alle Hüte? Nein. 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 Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich brauche. Ich werde warten, bis es wieder Tag wird. Und das erst in der nächsten Folge. Also, abonnieren, ähm, onanieren, kommentieren und was weiß ich was. Und ich werde der größte YouTuber aller Zeiten. Ciao. Wow. Bis zum nächsten Mal.